Das Privilege Hotel Castello di Villa liegt auf einem ruhigen Hügel, circa 10 Kilometer von Astien entfernt. Seine Geschichte geht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Die 14 stillvoll eingerichteten Zimmer erinnern an die edle Vergangenheit einer wohlhabenden Gesellschaft und bieten viel Wohnkomfort. Vom Balkon geniessen Sie den ehrlichen Ausblick auf die typische Piemontese-Rügellandschaft, bis hin in die schneebedeckten Gipfel der Seealpen. Gerne beraten wir Sie für lohnenswerte Ausflüge in die Umgebung. Wummen Sie durch historische Städtchen, besuchen Sie einen Markt, spielen Sie eine Runde Golf. Oder unternehmen Sie eine Wanderung in das bekannte Rebbaugebiet, mit einem Besuch auf einem Weingut. Im Herbst können Sie auch bei einer spannenden Trüffelsuche Outna dabei sein. Ein Paradies für Geniesser ist der gegen Süden ausgerichtete Garten und die Sonnenterrasse. Nach einem erlebnisreichen Tag finden Sie dort Ruhe und Erholung. Oder den idealen Rahmen für ein romantisches Depatet. Unser Gastgeber Peter Müller freut sich, Sie beim Apero persönlich kennenzulernen und erzählt Ihnen gerne viel Spannendes über die Geschichte des ehemaligen Landgutes. Im offenen Weinkeller degustieren Sie edle Tropfen, wie Barbaresco oder Barolo. Wählen Sie für das anschliessende Abendessen den passenden aus. Täglich stellen wir ein ausgesuchtes Menü zusammen und verwöhnen Sie mit frisch zubereiteten regionalen Spezialitäten aus der Küche. Diese Köstlichkeiten servieren wir Ihnen auf der Gartenterrasse. Oder bedienen Sie sich am reichhaltigen Antipasti-Buffet im heimeligen Restaurant. Untertitelung des ZDF für funk, 2017